Hallo ihr Lieben und Willkommen zu einem neuen Video. Ich war für euch auf der Ideas Brickworld in Velen unterwegs und zeige euch mal einen schönen Überblick über die Modelle die mich dort erwartet haben. Der Weg dahin war schon mal schön und hier jetzt meine Eindrücke und die Modelle. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.